Ich schaue gerne meine Horrorfilme an. Aber im Kino gibt es ja selten einen. Leider Gottes. Eigentlich bin ich jetzt schon mehr auf Komödien umgestiegen. Die Horrorfilme vertrage ich nicht mehr so gut. Du, wenn du fünf Tage in der Woche im Kino arbeitest, dann ist mir lieber, ich sehe zwei Tage kein Kino. Ich bin ja früher schon immer viel Kino gegangen, als ich nach Schule gegangen bin. Und eben, da hat mich die damalige Chefin von draußen, die hat mich immer gesehen. Und die hat mich mal gefragt, ob ich oben anfangen will als Kartenabreißer. Und dann hat sie mich gefragt, ob mich der Film auch interessiert. Da habe ich gesagt, ja, also 18 Jahre war ich im Bahnhof draußen. Da bin ich jetzt dann schon 18 Jahre. Im Bahnhof Kino haben andere Filme gespielt. Im Bahnhof Kino, das war ein Porno Kino. Früher ist der Film gekommen in einen Karton. Der hat fünf bis zehn Filmrollen gehabt. Zweieinhalbtausend Meter. Und den habe ich selber dann zusammenpicken. Das war eine Akte, hat das geheißen. Und da war immer ein Start- und Endbandl. Das habe ich dann weggeschnitten und die Akte zusammengeklebt. Und auf einem Teller ist das gewesen. Und da ist aufgefüllt worden und die Reklame. Und das ist halt alles extra gekommen und haben wir zusammenpicken und dann eben in den Film einlegen händisch. Also wenn ein Filmrollen aus war, da hast du auf der Leinwand einen weißen Punkt aufblitzen gesehen. Und dann bist du einfach losgefahren und dann ist das zweite Projekt angefahren und dann hast du überblendet. Dann hat der gespielt und dabei hast du die nächste Rollen eingelegt. Und jetzt kommt der Film auf einen Festplatten, der wird im Server eingespült. Dann kommt der Schlüssel geschickt, der wird heruntergeladen und da wird der Film freigeschalten. Also das geht jetzt alles über den Computer und früher war halt alles händisch zu machen. Das mit dem Projekt, das war von mir aus gesehen, war das nach Kino, weil da hast du einen Film in der Hand. Jetzt gehst du in die Kabine, schaltst du ein und brauchst den ganzen Tag nicht mehr reingehen. Also mir hat es ehrlich gesagt fast vorher besser taugt. Aber mir taugt es da so wie es ist. Also wechseln hätte ich sicher nicht. Auf keinen Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018